Hit Radio FFH. Mario Barth rettet deine Liebe. Junggesellenabschied. Seit ein paar Jahren sieht man die ja regelmäßig seltsam gekleidete Männergruppen, die durch die Partymeile der Städte wanken. Warum machen Menschen das? Meine Theorie, man lernt so, sich ganz am Anfang der Ehe schon zu entschuldigen. Frauen, die mit Prosecco-Fahne, Kondome und kleine Feiglinge im Bauchladen verkaufen und wildfremde Männer knutschen, die müssen sich später irgendwann entschuldigen. Und Männer, die in rosafarbenen Stretchlimousinen lallend der Stripperin 5-Euro-Scheine in den Slip stecken, auch die müssen sich später entschuldigen. Natürlich, wofür ist das also gut? So lernen beide Partner, ich bin nicht perfekt, der andere auch nicht. Die Psychologen nennen das Erwartungsmanagement oder auf Deutsch, ich sollte nicht zu viel erwarten. Und um die Latte nicht so hochzulegen, benehmen sich beide vom ersten Ehetag schwer daneben. Nur so kann es nach der Hochzeit besser werden. Für Außenstehende nervig, aber als Idee gut. Und immer dran denken. Happy Wife, Happy Life. Mario Barth rettet deine Liebe. Alle Folgen zum Nachhören bei FFH im Web und in der App.